Die nächste Kategorie, ja, ist, ähm, eine wunderbare Kategorie. Die nächste Kategorie ist den Menschen hinter den Sängerinnen gewidmet, den Background-Sängerinnen, den Background-Sängerinnen, yeah, 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 yeah. Ba-sum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Backgrounds, back! Backgrounds, back, all right. Backgrounds, back, all right. Ja, Sie singen die sogenannte zweite Stimme oder unterstützen den Frontsänger oder Sängerin, indem Sie passende Harmonien im Hintergrund singen, also im Background. Im folgenden Musikquiz müsst ihr es schaffen, nur anhand des Background-Gesangs Songs zu erkennen. Ja, dazu hört ihr ausschließlich den Background-Gesang. Ohne Instrumente. Wenn im Song kein Background-Gesang ist, dann hört ihr einfach auch nichts, ja. Und wenn ihr glaubt, den Songtitel zu erkennen, buzzert bitte. Hier sind Puket, Larissa, Marie und Mo. Okay, ihr Lieben, Scheinwerfer auf euch. Hier ist der erste Song. E-N-I-N-M-E. Him. Cry me a river? What? Ja, also... Da hat irgendwer ganz hinten backstage geschrien, was? Hesel, das ist Wahnsinn, das ist richtig! What? Cry me a river. 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 Yeah, yeah. Bravo! Wahnsinn. Okay, machen wir weiter. Der nächste Song. Okay. Okay. Respekt. Nein! What? Unglaublich. Das stimmt, glaube ich. Ja, müssen wir mal hören, ob das stimmt. Ich weiß nicht. Wahnsinn. Unglaublich. Judith, ein Punkt für dich. Aber ihr seid doch einfach mal wirklich der Wahnsinn, oder? Was für eine unfassbare Truppe. Unglaublich. Also, heimlich verlief. Wahnsinn. Okay. Respekt. So, Edi, jetzt wird's spannend. Einer meiner Lieblingssongs? Oh, 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 no fair. Ich habe beim Buzzern gemerkt, dass der Titel keinen Sinn macht, so wie ich im Kopf habe. Okay, du musst aber irgendwas sagen, auch wenn es keinen Sinn macht. Oh, ist das blöd. Ich habe dir noch vor die Sorte gesagt, wenn man das Gefühl hat, einfach buzzern. Und was mache ich nicht? Genau das. Scheißige Idiot. Ist es, ist es Ocean Eis? Ja. No fair. I've never fallen from quite the side. Falling into your ocean ice. Rose, ocean ice. Toll. Unglaublich. Respect. Ja. Seid ihr bereit für den nächsten Song? Sides two. Shake it, shake it. Boom, boom. All the right junk in all the right places. Aha. All about that bass. Wow. Ah, Meghan Trainor. Yeah. Bravo. Schön. Hättest du gewusst? Das war richtig. Hättest du gewusst? Das war richtig. Ja, deswegen. Ja, großen Applaus bitte an die Backgrounds-Sängerinnen. Das war Backgrounds-Back. All right? Wuhu! Wuhu!